Millionen, 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 rote Rosen. Sieh doch raus, sieh doch raus. Singst du nicht mit mir? Dann lass uns doch ein Lied singen, das dir auch gefällt. Weißt du, das mit den Rosen fand ich eigentlich ganz nett. Du kannst nur nicht singen. Tatjana Ljurievna, ich hätte gern Ihre Expertenmeinung. Sie haben doch sicherlich von der Orbit 4-Landung kürzlich gehört. Wir haben einen Tag vor der Landung den Kontakt zur Besatzung verloren. Es scheint einen Zwischenfall im Weltraum gegeben zu haben. Ich denke, Sie werden diesen Fall sehr interessant finden. Ich hab Sie noch nie gesehen. Ich soll Ihren derzeitigen Zustand bewerten. Können Sie mir sagen, warum ich hier festgehalten werde? Sie haben einen Teil der Videoaufnahmen entfernt. Ich hätte Sie früher in alles hier einweihen sollen. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Sie haben ein Wesen aus dem Weltraum mitgebracht. Es steckt in Ihrem Körper. Ich muss mir die Möglichkeit vorbehalten, es zu vernichten, wenn wir die Kontrolle verlieren. Helfen Sie mir, Tanja. Gehen Sie zurück nach Moskau, solange Sie das noch können. Wir riskieren ein Menschenleben. Ein Kosmonaut. Ein Held der Sowjetunion. Ein Held ist auf alles vorbereitet. Selbst wenn er sich opfern muss. Warum ich? Kasia. Es fängt an sich an, zu passen. Lauft weg. Sie kennen mich nicht. Sie kennen sich doch selbst nicht, Tatjana.